Friesi, Moni, Zinzi, ja was seid ihr denn nur? Friesi, Moni, Zinzi, der Bauer, der schlackt nicht mehr, den wir finden. Oha! Oder ihr? Ich such nämlich meine Geißen, aber die Kühe sind alle in den Rotenbogen auf, da seid ihr ja falsch. Da seid ihr ja gar nicht verdacht. Nein, nicht direkt! Was sucht ihr denn? Ich such meine Resi, Moni, Zinzi, Drei Geißen. Und ihr sucht auch was her. Ja, Geißen sucht man nicht grad. Hier schon drei Schatzchen. Habt ihr die hier verloren? Dann helfe ich euch zu. Das braucht man nicht. Ein braver junger Bursch, Schützer. Ja, geht's nicht. Ja, nicht! Ich zeig dich gleich einmal, ich will mir jemanden unterschrecken. Ja, da hat er wieder mal gespannt. Nun, Porsche, haben denn seine Geißen auch Hörner? Ja, freilich. Und schauen die ungefähr so aus? Ja, also die Hörner für meine Geißen sind für schon länger ohne Schatzchen. Aber so groß wie die sind sie doch nicht, he? Aber er, das sind doch die Hörner von einem alten Schafbock. Ja, alter Schafbock. Aber so schöne Zocken wie er, haben sie nicht seine Geißen, he? Also ich tue die Zotten für meine Geißen immer schön kommen, weil das haben sie so gern. Ihr wollt also nicht, dass wir drei ein wenig anders ausschauen? Da kommt's nicht drauf zu sagen, wie wenn er ausschaut. Hat unser alter Herr Pfarrer immer gesagt. So, so! Auf was kommt's dann drauf zu sagen? Ja, das müssen Sie dann schon den Herrn Pfarrer fragen. Ja! Ich hab's also kein Amt! Ich fahr'n Sie drein! Nein, weil der gnädige Herr bekümmert sich doch um meine Geißen. Was soll ich da vor? Ja, wir sind drei! Und wo bist du da los? Am Ende sind wir Räuber oder macht's gesündel! Ha! Das ist doch, weil der gnädige Herr aber Bernhard bin. Ich bin vielleicht dumm, aber so dumm bin ich auch wieder. Fürcht also nicht, der war den Leibhaftigen mich schenkt. Den Teufel muss nur der fürchten, der was sein unreines Gewissen hat. Hat unser alter Herr Pfarrer immer gesagt. Sag mal wo! Ich bin es nicht beizukommen. Nun, Pursche! Seine Quassen werden wir eher unten an der Altmüllseite. Ja, dann schau ich gleich mal nach. Und wenn ich die drei Schafskopf finde, dann geb ich euch gleich Bescheid. Also, kein Geld zu machen! Das hat mir noch keiner gesagt. Oh, ihr Gnaden! So, also sollen wir die drei Hauberer vertreiben! Was? Ihr meint's? Ob wir's mit den drei Gnadeln auch so machen sollten? Wie euer Gnaden eben mit dem Burschen? Wärt's ihr zwei jetzt schon wieder frech? Wenn euer Gnaden befehlen... Jetzt lautet's! Ja, aber warum hat denn die Bursche keine Angst nicht gehabt? Wie euer Gnaden von den Räubern und Märtern gesprochen hat? Da hab ja sogar ich mich geborgen! Oh, mein! Seelig sind die, die reinen Herzen sind! Was soll denn da unser halt schon machen? Ist verdirbend! Das reine Herz, mein ich... Du, derlei Lästerungen pose! Ja, ja, ja! Es ist schon ein Kreuz! Wie? Ach so! Aber ich mein, deine rechte Plage ist halt für alten Abendgegen! Ja, ja, dieses Abend! In drei Sünden sollst du ausdenken! In dem Anspruchs falle die Menschen! In den sieben und anzünden! Dann habt's doch keinen Stab, mehr! Das ist grüß! Ja, ja! Ah, ja! So viel Vertruss! Aber ich strebe nach weitaus Höheren! Ach so! Nach so langer Zeit dann doch noch... Ja, was? Nein, doch nicht so! Da ist ein der Höllenfürst vor! Ich hol mir eine große Seele! Eine Seele, die mit ihm da umkämpft und hadert und doch nie von ihm ablässt! So eine ist was wert! Und so was gibt's noch? Ja, mit so was kannst du dich da durchaus blicken lassen! Ach, ja! Da ist gewiss eine Beförderung drin! Kerubinischer... Sukkubus! Oder sogar... Örtzdemon! Dritter Klasse! Und euer Gnaden sind also hinter so einer kostbaren Seele her! Es ist gewiss! Nein! Oh, ich bin sie! Ja, das wär' kein Mann! Ja, das ist so! Ja, dann täte euer Gnaden befördert werden, gell! Und Badem! Ja, du wirst vielleicht, dass du mit einer losfahrerst! Ja, nein! Es wär' natürlich ein armer Verlust bei uns! Zereintens, wenn euer Gnaden nicht mehr bei uns... Stille! Stille! Arsch! Ruf mir! Schöpfeinde! Da, 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 da! Jetzt nicht mehr bei uns! Jetzt wird das Schöpfe! Schöpfe! Entschuldigung! Schöpfe! Ta, da! Schöpfe! Zeit, langsam, nacheinander. Meine Kreisel, Vertriebe, Hüte vorzitten. Meine Kreisel, Vertriebe, Hüte, 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 Hüte. Meine Kreisel, Vertriebe, Hüte, 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 Hüte. Hüte, 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 Hüte. Hüte, 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 Hüte. Hüte, 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 Hüte. Hüte, Hüte, Hüte. Hüte, 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 Hüte. Hüte, 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 Hüte. Hüte, 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 Hüte. Hüte, 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 Hüte. Hüte, 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 H Ja, da sucht's euch die schönste raus, die ist dann schon. Das ist leicht bei meinem ausgesuchten Geschmack. Und was war mir dann? Nix weiter. Dann schaut's, was das Meutel macht und wie. Und dann stellt's euch Fluss an sich, Brünnlein, ein. Nieschön. Brünnlein. Na, da, heut am Mittelnacht, der kommt wenig. Hey, los. Los, die drei Grazien und ich, mir mach ein wenig weh. Es ist schön dunkel, der im Dorf. Weil wenn der stillt seine Frau zu, soll er es nicht so leicht haben. Also, packt's euch. Und macht's keinen Schmarsch. Aber mir doch nicht euren Gnaden. Wo wir gerade dabei sind, was ist jetzt mit den drei anderen? Der darf ja nix weiter, das lassen wir eins schon sein. Geh, also. Dem einen Kass zum anderen. Nichts soll es unten machen. Was? Ach, nix wird schon besser. Wir sind ja schon weg. Und, was ist's? Mach mir ein wenig. A weder. A gewaltrig. Und wer da vielleicht? Mit dem Blitz. Und dann, wer geht's? Und dann, wer geht's? Ja, ich kann sogar für's erstes gebrauchen. Woi. Für woi. Die wir gerade schnell von vollem Wunsch kommen. Was dann draus wird, ist eurer Sache. Und jetzt ihr, ihr, erzähl. Unheilschwestern, jetzt zur Stund, erneuert uns ein Teufelsbund, schwarzer Hafer, hasichem Mund, schwarzes Rauch, hasichem Mund, schwarze Erde als grafes Grund, schwarze Flamme als Drachenschlund, schwarze Wolltonenbund. Mach nicht auf, was sie auch nicht auf! Woll, woll. Hab ich euch doch was dabei gebracht. Ja, schon. Der Freie. Ach, schon sehen wir euch. Ach, nein.